Bergungsarbeiten in der Lübecker Bucht mahnen an einer der tragischsten Katastrophen der letzten Kriegstage, den Untergang der 28.000 Tonnen großen Cap Arcona und des Handelsdampfers Thielbeck. An Bord der beiden Schiffe befanden sich 7.520 KZ-Häftlinge aus 15 Nationen. Über 7.000 kamen mit den Bewachungsmannschaften in den untergehenden Schiffen um. Obwohl die alliierten Truppen bald nach der Katastrophe die Küste besetzt hatten, konnte nur 380 gerettet werden. Ein SS-Kommando erschoss noch vor Eintreffen der Alliierten 240 Häftlinge, die sich an Land gerettet hatten. Etwa 2.000 Leichen wurden bisher angeschwemmt. Tausende befinden sich noch an Bord. Unter der Leitung eines englischen Offiziers sind an der Unglücksstelle Taucher am Werk, um diese Toten zu identifizieren. Dieser Beutel bringt Erkennungsmarken und Dokumente an Bord des Tauchbootes. Jede Spur, jeder Anhaltspunkt wird sorgsam geprüft. Dieser Korb enthält Überreste, welche zur Identifizierung beitragen können. Ein Holzkreuz am Strand mahnt an die Toten der Cap Arcona.